Vergessen? Und was ich an Final Fantasy 14 auch so gut finde ist, es gibt so viele Sachen aus anderen Final Fantasys. Selbst Bosse haben die aus anderen Final Fantasy hier reingebracht. Ich glaube, es ist eine Frage, was ich? Ja, das ist es, dass wir uns auch auf dem Jahr zurückkehren, und ich glaube, dass wir uns mit ihr helfen können. Aber ich glaube, dass wir uns nicht mehr machen können. Ich glaube, dass wir uns nicht mehr machen können. Ich glaube, wir hatten auch versucht, dass wir eine große Gange von Yachtra nicht verpletten haben. Er hat sich gefragt, dass wir sie mit dem Geist der Das war's nicht so, was er. Das ist, was die Blitra, oder? Ich habe ihn mit mir. Ich bin ein Kind von mir und ich bin ein Kind von Mido-Garls-Orm. Ich werde ein wenig Zeit nehmen, aber ich werde mich auf der Welt zurückkommen. Ich werde mich für das Leben zurückkehren. Ich werde mich für das Leben zurückkehren. Tschüss. Ich werde ein Auge darauf haben. Welche Beschattung? Welche Beschattung? Dann landeten die Massmännchen an das Geld und verschwanden wieder. Ach du machst gerade die Nebenmissionen für die Windquellen? Er hat uns das Auge seiner Schwester gegeben, irgendwie schon ein bisschen widerlich. Aber gut, wir werden es hüten. Dann auch zum Mond. Hast du auch schon eine Story weitergemacht? Gleich ist Boss-Time. Okay. Das war's für heute. Diese Musik ist doch auch aus Final Fantasy 4, oder nicht? Das fällt mir gerade zu ein, weil wir ja Thea Driessen mal gespielt haben und da war diese Melodie auch irgendwie dabei. Jede Musik, also jedes Final Fantasy hat schon so seinen eigenen Soundtrack. Aber es könnte wirklich ein Standard-Lied sein, auch. Schade nur, dass After Years nicht dabei ist. Ich weiß übrigens, wie man schneller in andere Welten kommen kann. Man braucht einfach nur einen Truck. Ich glaube, ich bin Gott, das ist ein Dramatisch. Ich glaube, dass ich nur die Zeit und die Welt verletzte, die Menschen wiederholfen. Ich weiß, dass ich selbst etwas dazu. Ich glaube, ich bin so ein Verrückter der Garten, weil wir die anderen Seite noch ein Verrückter zu erwerben, die sich auf die Welt zu erwerben, um die Stutte Box zu erwerben. Wenn du dich an, was ich zu erwerben? Aber ich bin schon die Möglichkeit, die sich für diese Einfluss zu verbegrüßen, um zu sein und zu sein. Vielleicht auch wenn ich mich so über das Gefühl habe. Ich bin schon über die Lage, die das Schlimm des Blumes zu haben. Ich weiß es, ob ich es nicht so über das Ziel verbrechen habe. Ich bin schon über das Ziel mit dem Mottoe zu verraten. Ich bin schon über die Schmerzen des Blumen des Blumenes. Apropos, Tier at Rhythm müsste ich auch mal wieder spielen. Die letzten Sachen noch. Ansonsten geben mir da auch die Parts aus. Ich glaube, es ist es, die Zeit. Ich war nicht nur mit dem, aber dann gehen wir zur Rhythm, um zu den Rhythm. Die Hände zu kommen. Ich bin mit dem Rhythm, die ich nicht so gut bin. Die Hände ist nicht so gut. ach das ist ja unser neuer maritech gut dann lasst mich noch einmal über unsere Abwehr gegen eventuelle Nichtsgesandte gehen der Mondwächter wird uns dabei helfen die Schwerter wieder herzustellen so wird der Siegelzauber der einst Zodiak gefangen hier diesmal die Nichtswesen binden allerdings wurden die Schwerter für ein enormes Wesen geschaffen es besteht also durchaus die Möglichkeit das kleinere Nichtswesen durch das sprichwörtliche Netz des Zaubers hindurchschlüpfen daher habe ich die Loporid um zusätzliche Unterstützung gebeten damit sie sich um solche Ausreizer kümmern Murasaki, Zero und Origi dürfte ich euch nach Bestways Rast schicken um Living Way zu treffen? sicher ich weiß zwar nicht wer Living Way ist aber wenn Murasaki geht dann komme ich mit gut dann bleibt Estinien, Nitana und ich hier und stellen die Schwerter wieder her eines sagt dem anderen wer zuerst mit seiner entsprechenden Aufgabe fertig ist gibt Bescheid warte mal die Schwerter werden wieder hergestellt heißt das die sehen dann auch wieder anders aus? da bin ich mal gespannt aber ob zu Bestways Rast da waren wir schon lange nicht mehr da bin ich nicht mehr da bin ich nicht mehr ah Murasaki, Uri und Je da seid ihr ja Estola hat mir schon alles erzählt und wie du weißt sind wir stolz wie Möhre auf unser schlagkräftiges Wachsupport und stellen sie euch nur zu gerne zur Verfügung nur noch ein kleiner Knabberer dann sind wir auch soweit gerade verladen wir die guten Stücke würdet ihr wohl hier im Obergeschoss warten so ungefähr im Nordwesten? los von Das war's für heute. Das war's für heute. Da ratzt doch gerade der Hase rum, oder nicht? Da schläft doch einer von denen. Da schläft doch die Batterien wieder auf. Das war's für heute. 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 Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Was? Ja, hm. Ja, hm, hm. Ja, hm, 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 hm. Ja, bitte, muss ich, muss. Du kannst ja losgehen. Du kannst ja losgehen. Du kannst ja losgehen. Du kannst ja losgehen. Und du kannst du das Ding. Ja, da, du kannst du das Ding. Ja, das ist richtig. Und du kannst du das Ding. Ja.